Moin, im Mod Astricore Cards Redux haben wir drei Fortbewegungsmittel, mit denen wir durch die Gegend sozusagen reisen können. Da gibt es einmal den sogenannten Supply Card. Den craften wir uns so mit ein paar Eichenholzbretter oder generellen Holzbrettern, zwei Tonen und zweimal das Reel. Das Reel ist neu aus diesem Mod und das craften wir uns so. Dann haben wir den Supply Card. Erstmal mit einem ganz normalen Rechtsklick können wir da drauf und uns auch auf dem Multiplayer Server dann durch die Gegend kutschieren lassen. Wenn wir hier dranschauen oder draufschauen und die R-Taste drücken, können wir das Ding bewegen, wie wir jetzt hier sehen. Die Bewegung ist eigentlich falsch rum. Normalerweise ziehen wir ja so ein Ding. Das würde also dann so aussehen. Nochmal die R-Taste drücken und wir lassen es wieder los. Wenn wir dann die Shift und die rechte Maustaste klicken, öffnen wir den Inhalt. Das Supply Card hat halt Platz wie zwei Doppelkisten. Und wenn wir da Sachen reintun, was ich ganz cool finde, sehen wir die Sachen auch hier oben. Also je nachdem, was ihr reintut, werden manche Blöcke davon auch optisch angezeigt. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Als nächstes haben wir dann das Animal Card. Das craften wir uns mit sehr vielen Eichenholzbrettern und den zwei Wheels. Hier haben wir genau dasselbe Verhalten. Rechte Maustaste können wir drauf. R-Taste bewegen wir das Teil. Und hiermit können dann Teere transportiert werden. Finde ich jetzt nicht so nützlich. Aber das Letzte ist das Nützlichste meiner Ansicht nach. Und hier haben wir den Plow. Das ist also quasi eine Flügemaschine oder ein Pflug. Den craften wir und so mit ein paar Stickies. Eichenholzbretter und dann auch wieder zwei Wheels. Hier haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Zum einen natürlich wieder mit der R-Taste das Teil bewegen. Aber da wir ja hier den Plow haben, haben wir jetzt auch mit der rechten Maustaste die Möglichkeit, das Teil hier hoch und runter zu tun. Und wenn es runter ist, arbeitet es auch. Was meine ich mit arbeiten? Wir können, wenn wir die Shift-Taste drückt halten und Rechtsklick machen, hier Sachen reintun. Beispielsweise meine Schaufel. Übrigens sieht man auch hier optisch, was ich ganz cool finde. Wenn wir jetzt die rechte Maustaste klicken und das Teil bewegen, machen wir einen Weg. Also ist eher so von der Hacke vielleicht zu erwarten. Aber wir machen jetzt hier einen bewegbaren oder einen begehbaren Weg. Wenn wir beispielsweise die Hau dran tun, also die Hacke oder Hacke, dann machen wir das, was auch eine Hau macht und zwar Landwirtschaft. Und so haben wir hier die Möglichkeit, eben halt ein bisschen manueller, also das muss einem natürlich dann auch gefallen, die Landwirtschaft zu betreiben. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, wenn ihr denn darauf steht, so ein bisschen hier Landwirtschaft in Minecraft zu machen oder Tierzucht oder Tierhaltung. Finde ich dieses Mod eigentlich ganz cool, weil man diese Gefährte oder diese Maschinen oder diese Fahrzeuge eigentlich so nicht findet. Und vor allem der Blow funktioniert echt ziemlich gut. Wenn Fragen sind, gerne die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und wir sehen uns in einem der nächsten. Bis dahin.